Ein kleiner Magister verprügelt seine Frau, er schlägt sie seit Jahren schon grün und gelb und blau. Und dann springt sie aus dem Wachtturm und wärst schuld daran, ja der kleine Magister in seinem Prügelwahn. Dann springt sie aus dem Wachtturm und wärst schuld daran, ja der kleine Magister in seinem Prügelwahn. La 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 la. Ein kleiner Magister vergiftet seinen Wein, dann lädt er seine Freunde zum Abendessen ein. Sie müssen alle sterben und wärst schuld daran, ja der kleine Magister in Zyankarliwahn. Sie müssen alle sterben und wärst schuld daran, ja der kleine Magister in Zyankarliwahn. La 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 nicht mehr lange faxt, er besucht seine Verwandtschaft mit einer scharfen Axt. Sie verlieren ihre Köpfe und wer ist schuld daran? Ja, der kleine Magister in seinem Henkerwahn. Sie verlieren ihre Köpfe und wer ist schuld daran? Ja, der kleine Magister in seinem Henkerwahn. Lalalala, 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 lalalala. Jetzt ist ja gar keiner mehr da. Ein kleiner Magister, der langweilt sich so sehr, da zündet er die Stadt an und langweilt sich nicht mehr. Die Menschen müssen brennen und wer ist schuld daran? Ja, der kleine Magister in seinem Zündelwahn. Die Menschen müssen brennen und wer ist schuld daran? Ja, der kleine Magister in seinem Zündelwahn. Lalalala, 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 lalalala. Lalalala, 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 lalalala. Ein kleiner Magister, der ist nun auf der Flucht Er wird in sieben Ländern schon stimmbrieflich gesucht Da fliegt er mit seinem Drachen vor einem Mauer aus Beton Der kleine Magister, das hat er jetzt davon Ein kleiner Magister, ein wundervolles, kleines, ziemlich böses Lied Vom wunderbaren Stefan Schramm www.rufderkrähe.de Von diesem wunderbaren Menschen habe ich schon Ewigkeiten keinen Song mehr aufgenommen Aber ich war letztens auf seiner Homepage und habe festgestellt Dass die komplett neu gemacht ist und man ganz viele Lieder findet Und vor allem auch die Liedtexte und die Akkorde Also guckt mal auf www.rufderkrähe.de Wenn euch die Musik gefällt, dann könnt ihr sie auf dem nächsten Lab Oder dem nächsten Fahrtfindertreffen einfach selber nachspielen In diesem Sinne, ihr Lieben Ich stehe hier mitten auf einem ehemaligen Flugfeld Irgendwo im Norden von Polen Denn ich bin gerade im Urlaub Und dies ist einfach nur ein kleiner Gruß aus dem Urlaub Und jetzt wird das Video auch noch gestört von einem Motorradfahrer So ist das nun mal, wenn man draußen Musik aufnehmen will In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen guten Gruß aus dem Urlaub Das war ein Experiment Das erste Video nur mit dem Handy aufgenommen Mit nichts anderem In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit Bis dahin Tschüssi 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 Tschüssi